Bre, wir brauchen ein neues Format. Bro, irgendwas mit Rankings? Und immer gut. Ranking, ja. Und, gibt's doch diesen Podcast Game Changer am Donnerstag? Mach mal Game Changer rein, das wäre eine geile Nummer. Game Changer ist gut, ja. Und vergiss nicht, noch Like und Abo anzusagen. Yeah, neues Format und damit herzlich willkommen im Game Changer Ranking. Let's go. Wir kennen uns jetzt jede Woche die Besten der Besten an. Und ich habe da verschiedene Parameter, habe mir da eine geile Metrik gebaut. Und wir starten heute mal mit dem Tor. Und ich will hier gar nicht so lange fackeln, ich zeige euch hier direkt mal, was ich hier aufbereitet habe. Ihr seht die Kategorien im Pyramiden-Style. Elite, sehr gute Form. Wir haben Champion, die Gegenspieler bekommen Angst, wenn da die Katze rausspringt. Und wir haben die Legende, der hat quasi einen Magnet im Torwart-Handschuh. Bisschen abgespeckter ist die Variante hier beim Torwart, bei den Feldspielern. Da würde ich die Pyramide unten nochmal ausbauen. Verhandle ich gerade mit dem Pharao. Die Jungs, die ich hier gleich bringe, reinjagt, die sind im Game Changer-Modus. Das heißt, die verfügen schon über spielentscheidende Momente und, ganz wichtig, über Momentum. Also sie sind gerade wirklich in einer super Form und wie stark die wirklich ist, das checken wir heute ganz genau. Und wir starten mal rein mit unserer Elite. Und da habe ich direkt mal Lukas Radetzki. Und jetzt kommen wahrscheinlich hier die Ersten und sagen, hä? Der hat doch schon zwei Gegentore bekommen in einem Spiel. Wieso ist der denn jetzt hier Elite? Ja, das stimmt. Der hat aber auch 3,5 Paraden gegen Gladbach rausgefischt. So, bevor man jetzt hier einen Spezialist reinschreibt, was ist denn eine halbe Parade? Ist das hier mit einer Hand gehalten oder wie? Nee, nee. Also wir rechnen die Paraden pro 90 Minuten. Und da Leverkusen im ersten Spiel 104 Minuten gespielt hat, daher ergibt sich da so ein Kroma-Wert. So, zurück ins Studio. Liegt da auf Platz 4. Ein von zwei Großchancen auch vereitelt, also richtig guter Wert. Und über 70% abgewährte Schüsse. Auch die super, super stark. Also ein richtig wichtiger Taktgeber hinten. Plus mit Kovar ging jetzt auch die Invincible Streak dahin. Also Faktor Aura habe ich noch mit reingerechnet. Und Kovar ist auch ein richtiger Top-Mann. Mit 24 nämlich schon ein tschechischer Nationalspieler. Also auch den Mann hat er im Nacken. Und da ist er gewillt, gut zu performen. Ebenfalls in unserer Elite-Riege. Das ist Peter Gulaschi. Eine weiße Weste liegt mit sieben Paraden. Ebenfalls im Top-5-Bereich. Sechs allein gegen Leverkusen. Das ist Wahnsinn. Und auch schon drei von fünf Großchancen vereitelt in dieser Saison. Gerade die Bochumer sind da ein ums andere Mal verzweifelt. Strafraumbeherrschung ist ebenfalls top. Deswegen habe ich genotiert hier, Pete ist Elite. Und er hat dieses Sieger-Gen. Letzte Saison ging mit ihm nämlich kein Spiel verloren. 13 Spiele absolviert, neun Siege, vier Unentschieden. Dabei kassiert der RB auch lediglich elf Treffer. Mit der Durchschnittsnote 2,3 aktuell versehen. Der rein notentechnisch Klassenbeste Peter Gulaschi. Und ja, jetzt wieder Siegerstraße. Zwei Spiele, zwei Siege. Bin gestern mal zum Mannschaftstraining gefahren. An den Kotterweg. Hab ihn mal gefragt. Der trinkt tatsächlich einen ungarischen Zaubertrank. Elite ist auch der Fohlenkapo. Der heißt Jonas Omlin. Der hat nämlich schon elf Meter gehalten gegen Flo Wertz. Im Nachschuss dann aber das Nachsehen. Und der wird da schon fast zum Helden im Eröffnungsspiel ausgestattet. Mit über vier Paraden aktuell im Schnitt. Die zweitmeisten der Liga ist ein richtig guter Wert. Knapp 80 Prozent abgewährte Schüsse. Also Bewerbung für Kategorie Champion ist schon lange rausgeschickt. Und wir machen das Ranking nämlich in vier Wochen wieder. Und dann gucken wir mal, wo er sich da so einrankt. Wir haben ihn aktuell noch in der Elite. Ein super Rückhalt hier gerade bei der Borussia Durchschnittsnote 2,8. So, wir klettern mal eine Etage höher. Und zwar zu den Champions. Und da habe ich mir erst mal Kamil Grabara rausgekramt. Mit unserer 2,5 Durchschnittsnote aktuell. In der Bundesliga. Und er kommt mit der Zorro-Maske aus Kopenhagen. Direkt in die Herzen aller Wolfsburger Fans. Was macht er da gegen die Bayern? Also unfassbar, was der da gerissen hat. Einfach sechs Paraden rausgezaubert. Insgesamt zwei von vier Großchancen. Schon veralte die Saison 50 Prozent da. Und 85 Prozent Schüsse weggeklatscht. Ligaweit ist er da sogar die drei. Also mega, mega gut. Und sogar zu null in Kiel. Auch da weiße Weste mal rausgeholt. Für mich einer der absoluten Senkrechtstarter hier. Und Überraschungsspieler der Saison vielleicht jetzt schon. Da haben die Wolfsburger Verantwortlichen richtig starken Nachfolger für Kuhn Kastils in die Kiste gestellt. Der kann hier zum richtigen Helden werden. Noch ein Champion. Den habe ich hier von der Borussia aus Dortmund. BVB-Style Gregor Kobel. Einer von bisher zwei Torhütern, die noch aktuell mit weißer Weste unterwegs sind. Und ja, die hat natürlich noch nicht so viel Flecken bekommen, weil da ging noch nicht so viel auf die Kiste. Von daher auch relativ easy für ihn. Drei von drei Schüsse abgewehrt. Die Abwehrmänner machen da einen guten Job aktuell. Durchschnittsnote drei abgestaubt. Und ja, sein großes Plus ist der Respektsfaktor, den er nämlich auslöst. Wir erinnern uns noch an Spiel eins. Chaibi vor dem Tor mit der Monsterchance. Und dann wackelt ihm da der Fuß. Das ist natürlich kein Wunder, wenn da so ein Gregor vor dir steht. Damit haben wir unsere beiden Champions. Und jetzt gehen wir ganz nach oben. Wer ist der King? Und der hat die Legende, hat er schon durchgespielt. Das ist natürlich er, Robin Zentner. Wir hatten gestern schon einen Mainz-User in den Kommentaren. Gruß an DanielMainz9805. Der fragt mich, bist du Mainz-Fan? Ja, Bro. Was fragst du mich das? Also wenn die hier so geil spielen, die Mainzer, dann natürlich kann man da ins Schwärm. Also von daher, ja, vielleicht heimliche Liebe von mir. Robin Zentner, Großchancen vereitelt. Ligaweit die zwei. Strafraumbeherrschung drei von drei. Mit Lernkurve. Letzte Saison hatten wir da doch einige Abstimmungsfehler mal gesehen. Auch im Teamcheck analysiert. Und der macht das richtig gut aktuell. Paraden gegen Stuttgart. Alter Falter. Sieben Stück rausgeholt. Da sind die ganzen Stuttgarter alle verzweifelt nacheinander. Und zwei Gesten habe ich da notiert. Wir schauen uns einmal den Winker an von ihm. Ja, ja. Komm, schieß mir hier noch einen drauf in Stuttgart. Und dann auch hier der Zeigefinger. Der hat nämlich einen eingebauten Lasermagneten im Torwart-Handschuh. Im linken Zeigefinger. Und ja, fünf Paraden aktuell im Schnitt. Ligaweit ist er da die Eins. Und auch die Eins bei uns im Game-Changer-Ranking. Der Torhüter Magnetmann Rob ist da. Unser Mann versehen mit der Note 2,5. Ja, Leute, das war das Game-Changer-Ranking mit den Torhütern. Schreibt mir mal, welche Position ihr als nächstes sehen wollt. Dann hole ich die nächste Woche raus. Und wir hatten gestern ein geiles Video gemacht. Das waren die Überraschungen. Und die Gewinner der Länderspielpause blende ich euch einmal hier ein. Und die Redaktion hat schon wieder auf Rocco Reitz gedreht. Nicht, dass mein Video hier noch versandet. Und damit gehe ich mal raus. Wünsche euch noch einen schicken Tag. Und sage Tschüss. Tschüss.